Musik Herzlich Willkommen zu Psychologie Heute. Mein Name ist Paul Kirchner und ich werde Sie die nächste Viertelstunde begleiten. In unserer heutigen Folge befassen wir uns mit der Beobachtung und Analyse von Jugendlichen. Dazu haben wir ein Kamerateam in eine Schule geschickt, um die Jugendlichen zu beobachten. Viele Jugendliche fallen heutzutage durch ihr Verhalten sehr stark auf. Leider leiden viele Jugendliche heutzutage an Deprivation oder Hospitalismus. Dies ist auch eine schlechte Erziehung zurückzuführen, aber auf dieses Thema gehen wir erst später ein. Nun schauen wir uns erst einmal den Film an. Bitte nehmen Sie den Wahrnehmungszettel in der Hand, den wir in der letzten Stunde erstellt haben und beobachten Sie, wie sich die Jugendlichen verhalten. Bitte beobachten Sie genau und halten Sie anhand von Stichworten das Verhalten der Jugendlichen fest. Film ab.